Die Shuttlebahn Das heißt, wir können viel, viel mehr Leute effektiv rumbringen. Das heißt im Grunde genommen nichts anderes als mehr Gäste für unsere Bahn. Ich hoffe, davon profitiert dieser Bereich ein bisschen. Aber naja, fangen wir also erstmal an. Das Erste, was wir jetzt also machen, ist die Wände hier einsprühen. Denn diese Wände sind ja im Moment auch relativ hässlich. Wenn wir aber einmal so hier rüber gehen, dann geht das alles schon wieder. Also, man muss natürlich noch viel, viel mehr machen. Aber durch diese Wände ansprühen, kann man halt schon mal ein bisschen von diesem hässlichen Charakter hier wegnehmen. Und es sieht einfach alles sehr viel angenehmer aus. So. Gut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und jetzt müssen wir natürlich auch den Boden thematisieren hier. Ich empfehle dazu eigentlich immer so eine Mischung aus allem Möglichen. Also, wir grundieren jetzt erstmal hier mit Fels. Ja, erstmal ein bisschen Fels hin. So, hier ein bisschen Fels, da ein bisschen Fels, 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 Fels. Fels, wir mögen Fels, wir lieben Fels. So. Und sich dann überlegen, was soll das hier eigentlich alles werden? Was soll das eigentlich alles sein? So, das macht natürlich keinen Sinn, wenn wir das jetzt so lassen. Das sieht echt scheiße aus, nicht wahr? So, das heißt, ich würde einfach mal sagen, das hier, das ist eine kleine Alm. So. Erstmal nur so jetzt so. Um es, woop, grundierungstechnisch festzulegen. Dann, würde ich sagen, so die oberen Gefilde von den Bergen, das sind alles Bergspitzen. Die sollten halt ein bisschen Eis haben. So, hier zum Beispiel noch. Oder hier ein bisschen, na, ne, da schon wieder nicht. Aber ihr versteht die Idee, hä? Also hier ein bisschen Eis, so. Gut. Hier müssen wir gerade nochmal ein bisschen mit Fels nacharbeiten. So. Aber vom Boden wird man später sowieso nicht mehr so viel sehen. Das heißt, das ist, ja, naja, erstmal so die Grundidee im Grunde genommen. So. Dann noch eins letztes. Was brauchen wir halt noch? Ja, ein bisschen Schnee. Also, die Berggipfel, vielleicht Schnee. So. Dann haben wir hier jetzt noch so ein bisschen Fels. So, alles klar. Gut. Dann haben wir hier unsere kleine Alm. Ein Ding, was wir vielleicht noch machen sollten. Als Terraforming sollten wir das ein bisschen alles angleichen. Weil das im Moment halt alles sehr scharfkantig aussieht, nicht wahr? So. Das heißt, wir nehmen einfach mal dieses Tool hier und gleichen das alles ein kleines bisschen an. Der Effekt davon ist ganz einfach. Dass das hier alles nicht mehr so scharfkantig und schlimm aussieht. Als wäre das hier irgendwie alles abgefurcht. Durch die, äh, durch die Erosion und so. Sondern wir kriegen einfach halt etwas ebenmäßigere Übergänge. So. Das sollten wir hier auch nochmal machen. Hier auf jeden Fall nochmal. So, hier noch ein bisschen. Aber hier haben wir es ja schon mal gemacht. Hier vielleicht noch einmal. So. Dadurch sieht das alles ein bisschen weniger schlimm aus, muss ich schon sagen. Also, solche Tools helfen schon einfach mal. Hier auch nochmal machen. So. Vor allem werden die Eingänge für die Tunnel alle sehr sichtbar. Und wir können uns da in der Thematisierung, in der richtigen Thematisierung, dann wirklich gut darum kümmern. So. Hier haben wir noch ein, noch ein bisschen was. Gut. Also das als Trick. Das ist halt dieses Tool hier, äh, freie Terran-Kache, äh, Kanten, naja, also Kanten entfernen ist es im Grunde genommen. Es ist Kanten-Glättung. Mehr ist es eigentlich nicht. So. Ihr seht, das sieht alles schon jetzt beim ersten Mal drüber gehen schon viel, viel, viel angenehmer und viel, viel, viel frischer aus im Grunde genommen auch. Viel weniger eckig, viel weniger kantig, viel weniger schlimm. So. Wir können jetzt noch ein bisschen nacharbeiten. So nachziehen. So. Wenn wir jetzt hier ein bisschen das, äh, Gelände anpassen. So. Oft wird es so sein, dass wir dann natürlich auch an die Grenzen der Bahn stoßen und dass es dann wieder ein bisschen eckig wird. Das macht aber nichts. Ähm. Da können wir uns gleich drum kümmern. Moment, hier muss das gerade nochmal hoch. So. Können wir alles gleich nochmal mit, äh, Kachel-Glättung nacharbeiten. So. Hier muss das Auto gerade nochmal ein bisschen hoch. So. Aber natürlich, die End-Thematisierung ist ganz klar mit Felsen, mit Custom-Scenery-Felsen, weil das sonst einfach alles nicht aussieht. Nachdem wir das alles ein bisschen angepasst haben, mit, äh, Hoch und Runter, ähm, Editieren, sag ich mal, mit, äh, Glättung und dann wieder ein bisschen anpassen. Und dann wieder ein bisschen glätten, wieder ein bisschen anpassen. Äh, glätten wir es jetzt noch ein weiteres Mal. Und ihr seht, was hier vorher halt eine Stufe war, ist jetzt wieder weg. Das gibt einfach eine wunderbare Grundierung und ist meines Erachtens mehr oder weniger unverzichtbar für ein sauberes Aussehen des Terrens. So, das haben wir hier zum Beispiel auch gemacht. Ne? Bei hier ein bisschen weniger, weil hier habe ich halt nicht so mit Tunnel gearbeitet. Aber hier zum Beispiel, ups, nein, kein Wasserfall löschen. So. Mal gucken, ob, äh, unsere Tram in so einem schönen Kreis ist. Da fährt eine. Hier ist gerade keine. Da fährt eine. Hier unten ist eine drin. Ja, hervorragend. Höht einfach die Kapazität von dem Ding so ungemein. Und es wird, es ist einfach ein Segen quasi. So. Leute fragen sich schon, ähm, ach, soll ich da wirklich rein? Und, äh, übrigens, ich, äh, freue mich immer noch über Namensvorschläge. Also ganz ehrlich, Namensvorschläge bitte, Leute. Auf jeden Fall Namensvorschläge geben. Ein Ding, was wir vielleicht noch machen sollten, ist kurz mal hier eine Toilette einbauen. So. Und dann hier gleich ein paar Essen ständen. Aber das kommt noch. Hier übrigens werden wir das Terren nicht anglätten, weil das hier gleich alles voller Häuser stehen wird und so. So, herrlich. Ach, die Bahn ist so geil geworden, Leute. Die ist so cool geworden. So, aber wieder weiter im Text. Wir haben jetzt im Grunde genommen das Terrain ein bisschen definiert. Mehr oder weniger. Wir haben jetzt so die groben Züge einfach, äh, festgesetzt. So, was wir jetzt machen können, ist halt ein bisschen Detailarbeit. Man mag es gar nicht glauben, aber ein vernünftiger Boden ist halt echt wirklich hilfreich. Weil, ähm, es einfach schon so viel Arbeit mit dem Terrain-Editor wegnimmt. Also, halt irgendwie so ein bisschen hier ein bisschen Gras, ein bisschen Detailgrad, so hier. Dann, äh, hier vielleicht mal ganz kurz, wo ist der braune Felsen? Hier ist der Felsen. Hier, äh, nee. Steht da ein bisschen zu sehr raus. Aber, halt hier auch ein bisschen mit dem Waldboden arbeiten. Auf jeden Fall mit dem Waldboden arbeiten, Leute. Das ist wirklich, eigentlich muss das euer Lieblingsboden werden. Weil der einfach eine wunderbare Grundierung gibt für alles, was ihr im Grunde genommen machen wollt, so. Hier sollte vielleicht kein Felsen sein. Ein bisschen logisch denken, denn das sieht ja nicht wirklich nach Berg aus. Also glätten wir das. Beziehungsweise passen das an. Hier vielleicht nochmal ein bisschen. So wichtig, wie gesagt, ist die Bodengrundierung jetzt auch wieder nicht. Aber, es hilft ganz einfach. Es hilft ganz einfach wirklich, so. Gut, ihr seht schon, unsere Bahn hat jetzt einen relativ logischen Verlauf. Es geht durch die Berge, es geht durch die, ja, es geht durch den Nadelwald. Hier haben wir eine kleine Alm. Das sieht alles ziemlich cool aus. Hier haben wir uns jetzt nicht weiter noch nicht um die Thematisierung gekümmert. Gut. Das läuft? Das läuft alles. Gut. Durch die Blockaufteilung hat das alles eine relativ hohe Kapazität. Das ist alles sehr schön. Und, äh, die hohe Intensitätsbewertung der Bahn zieht natürlich die Besucher in Heerscharen an. So, wir sollten vielleicht noch ein paar, äh, Leute einstellen. So ein paar Mechaniker, ein paar Reinigungskräfte. So, hier ist ja sowieso egal. Wir spielen ja sowieso nicht auf Geld. Äh, ich glaube, tatsächlich würde dieser Park gar nicht funktionieren. Aber, na gut. Hoffen wir mal auf das Beste. Dschungel ist mittlerweile gar nicht mal so schlecht besucht, muss ich sagen. Das freut mich sehr. Aber, naja. Zurück zum Thema. Ähm, es gibt einfach so viel zu sehen mittlerweile in diesem Park, deswegen. So, das sieht alles relativ gut aus. Ähm, jetzt sollten wir uns von hier, sag ich mal, nach hier rüberarbeiten. Erwartet jetzt hier nicht so massiv viele Gebäude. Das dauert nämlich alles sehr lange. Wir speichern gerade noch einmal, weil ich jetzt nämlich in die mit CSO gehe. Es kann immer sein, dass ein CSO euch das Spiel crasht. Das heißt, wenn ihr massiv mit CSO arbeitet, auf jeden Fall viel speichern. So, ich habe hier zum Beispiel runtergeladen Big Trees. Das ist also einfach mal ein großer, fetter Baum. Da wir es ja mit einem Nadelwald zu tun haben, sollten wir jetzt hier erstmal grundlegend ein paar Bäume pflanzen. Jetzt mal ganz ehrlich, Bäume sind einfach Bread and Butter für eine ordentliche Thematisierung. Ihr solltet halt wirklich viele Bäume pflanzen. Auch einfach euch mal trauen, ein bisschen in der Höhe zu variieren. Denn das hilft einfach im Grunde genommen später ein bisschen Variation fürs Auge da reinzukriegen. So, wir können hier gerade noch mal so eine Sweet Chestnut einsetzen. Genau. So, und das... Ich meine, wir haben jetzt quasi noch gar nichts gemacht. Ja, wir haben jetzt im Grunde genommen so ein paar Bäume hier hingesetzt. Und schon sieht dieses Tal einfach fucking glaubhaft schon fast aus. Ein bisschen Waldboden, ja, hier oben ist noch eine unschöne Kantenglättung. Aber es sieht halt schon einfach wirklich glaubhaft aus. Eine erfolgreiche Kombination von verschiedenen Sets ist im Grunde genommen das, was eine gute Thematisierung wirklich ausmacht. Und ich thematisiere das jetzt einfach mal durch mit euch, ja. Also, wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, Thematisierung, weiß nicht, ähm, jetzt nicht so Bock drauf. Ja, ich weiß nicht, ob dann dieser und vielleicht auch die nächsten Parts wirklich was für euch sind. Weil wir werden jetzt einfach thematisieren, ja. Ja, wir werden jetzt halt wirklich hardcore ein bisschen gucken, dass wir hier eine schöne Thematisierung reinkriegen. Und dass es gut aussieht. Und, äh, das ist halt nicht einfach mal so eben gemacht. Das ist halt wirklich ein Prozess. Das dauert einen kleinen Moment. So, nehmen wir mal kurz den Zeder, die Zeder hier. Ich glaube, scheiße, das geht nicht. Das schwebt in der Luft. Auch so ein Ding, worauf ihr immer, ähm, achten könnt. Bäume dürfen natürlich nicht in der Luft schleben. Erfahrene und richtig gute Bahnbauer, die achten dann auch da drauf, ähm, fährt meine Bahn durch Est oder nicht, ja. Und dann werden da entsprechend Notizen gemacht und dann werden da entsprechend die Bäume weggeholt. Aber, ja, das weiß nicht. Also, irgendwann, naja, ist ja halt, ist ein Let's Play und muss man jetzt nicht perfekt sein, ne. Also, Perfektionismus, kann ich vielleicht Offscreen machen, Onscreen, dauert dann eine gute Thematisierung von einer Bahn irrsinnig lange. Also, das, das ist wirklich nicht mal eben so gemacht. Wenn ihr wirklich richtig gut thematisieren wollt, dann dauert das einen kleinen Moment. So, ihr werdet das vielleicht gleich sehen. Äh, Maragoni brauchen wir nicht. Das ist auch kein so schöner Baum, muss ich sagen. Ähm, ja, hier noch ein Nadel, Nadelbaum. Und dann setzen wir hier einfach im Grunde genommen alles hin, was wir so haben wollen. Erstmal Bäume. Äh, ist eigentlich unpraktisch mit Bäumen anzufangen, ich gebe es dazu einen Moment. Lass uns mal eben, aber ihr seht schon hier, das sind richtig viele. Es gibt richtig verschiedene, das ist das Gardening Set. Wie gesagt, ja, ähm, keine Angst, ich werde auch noch die CSO alle mal veröffentlichen. Also, welche ich hier benutze. Möchte euch gar keine Sorgen machen, ich muss gerade mal Shy Guys, äh, Rock Set suchen. Äh, ist immer unter S, 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 S. S, 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 H, dann. Äh, Stärkischen Schimms Gardening. Dann ist das hier irgendwo. Rocks. Shy Guys, Rocks. Wenn ihr seht, müsst ihr schreien, ne? Äh, find's grad nicht. MPGs, Rocks ist übrigens auch ziemlich gut. Hier. Absolut cool. Einfach so eine richtig dicke Rock, äh, Formation hier reinsetzen. Äh, bringt unglaublich viel. Äh, was da die Szenerie betrifft. Es sieht einfach wirklich auf einen Schlag richtig, richtig gut aus. Und, ähm, ihr erspart euch einfach eine ganze Menge Arbeit, weil euch das auch einfach eine gewisse Terraforming Arbeit abnimmt, ne? Aber ich muss tatsächlich jetzt nochmal ganz kurz gucken, äh, wo jetzt eigentlich meine Shy Guy Rocks sind, weil ich hab die installiert und ich hab sie auch schon getestet. Das heißt, sie funktionieren. Aber wo sind, um Gottes Namen, die Shy Guy Rocks? Erstmal ganz kurz, äh, alle CSU anmachen. Immer so ein Trick, wenn ihr was sucht, äh, dann alle CSU anmachen. Das ist übrigens South American Set, ist echt ein cooles Set, aber... Shy Guy Expo Set 2, nein, ne, ist es nicht zwischen. Äh, ja. Ich müsste mir auch ein weiteres Add-On, was wirklich eingreifend in den Spielen eingreift. Äh, das müsste ich mir auch nochmal installieren, aber... Ja. Im Grunde genommen kann man halt 80% der CSU die... Lewis Evan Rocks... Ah ja, hier ist noch so ein weiteres Set, was ich mir runtergeladen habe. Viele verschiedene Rocks. Auch ein Tipp, wirklich ein Pro-Tipp. Ähm, ladet euch sehr viele verschiedene Rock-Sets runter. Das gibt einfach nur Variation. Ähm, es klingt vielleicht komisch, aber jeder macht doch irgendwie was anders. Und, ähm, wenn ihr dann viele verschiedene Rocks habt, dann sieht das auf einfach sehr viel glaubwürdiger aus. Ja, wenn... Wenn ihr viele verschiedene... Also, ihr könnt halt mit vielen verschiedenen Rocks auch viele verschiedene Formationen machen. Beziehungsweise bauen, machen. Schüppte, was gemacht, Digga. Naja, äh, also viele verschiedene Formationen. Ja, schaffen, wenn man denn so will. Und, äh, das wird einfach immer glaubhafter. Hier, R1-B1. Dieser Name des Sets klingt halt wirklich furchtbar, muss ich sagen. R1-B1, what the fuck, was hast du eigentlich geraucht? Dieses Set beinhaltet aber mit die besten Rock-Stein-Formationen, die man sich vorstellen kann. Ihr habt hier wirklich für alle möglichen Winkel, alle möglichen Stein-Formationen, und ihr eigentlich im Grunde genommen alle ineinander... Ups, falsch rum. ...alle ineinander setzen könnt. Und, ähm, natürlich... Alter, schlug ja falsch rum. Zack, zack. Ähm, in einer Art und Weise, wie, äh, es quasi noch nicht da gewesen war. Warte mal, kann man das... So. Ja, dann bitte. So. Wirklich in einem unglaublich hohen Detailgrad. Und ich werde es jetzt einfach mal dafür... Sag mal, wo ist denn das, wenn ich das hier hab? Unsichtbar, oder wat? Ist dein Problem. Okay, so. Und ich werde es jetzt einfach mal dazu nutzen, um ein bisschen diese, äh, Terrain-Überhänge von der Beleuchtung ein bisschen abzuschließen. Das ist kein gutes Teil, muss ich sagen. Ihr müsst auch immer kritisch mit CSO sein. Also, wenn ich das mal ein bisschen CSO-Tutorial nennen darf, zumindest, äh, die Gardening-Tutorials, also so Steine und so, seid auf jeden Fall kritisch mit CSO. Äh, nicht weil ein CSO einfach nur... Weil es ein CSO einfach nur gibt und weil Leute es geil finden, ist es auch unbedingt geil, ne? Es gibt halt auch CSO, die sind einfach echt Mist. So, und, äh, es gibt halt auch CSO, die sind unglaublich geil und total underrated und keiner benutzt sie. Es gibt CSO, die funktionieren straight einfach nicht, ja? Also, wenn ihr irgendwas nicht zum Laufen kriegt, dann müsst ihr euch nicht fragen, was macht ihr falsch. Sorgt halt auch dafür, beziehungsweise guckt euch wirklich an, ob das wirklich, äh, ein funktionierendes CSO ist. So dumm es klingt, es gibt genug CSO, die nicht funktionieren. Und, äh, naja, in der Regel funktionieren sie halt alle, gerade die Bekannteren, aber, wie gesagt, ähm, es gibt einfach auch CSOs, die funktionieren einfach nicht. Das liegt nicht, zwingt an euch, die gehen dann einfach grad mal nicht. Und das ist auch alles gut so, aber, naja. Ne, ihr müsst euch dann nicht irgendwie Sorgen machen, dass ihr irgendwie unbedingt was falsch gemacht habt. Und, naja, ihr solltet halt wirklich darauf achten, dass das CSO richtig installiert ist, aber, wenn es wirklich partout nicht laufen will, dann läuft das CSO einfach nicht, ne? Und dann, äh, bitte auch keine Nachrichten senden von wegen, ich krieg das CSO nicht zum Laufen. Also, wie gesagt, alle, äh, was man wirklich gut machen kann ist, äh, bevor man irgendwie am Park weiterbaut und sich freut, die CSO erstmal testen. So, und wir haben jetzt hier mit diesen Rocks erstmal ziemlich glaubhaft diese Stelle abgedeckt. So, und da wird die, ähm, Red Cobra steckt fest. Da wird die Bahn jetzt durchrasen und es wird einfach geil aussehen, so. Hier machen wir genau dasselbe nochmal. So, einfach nochmal so und so. Genau, das ist ein bisschen abdeckend. Man sollte es ein bisschen konsequenter machen als ich jetzt, aber, wie gesagt, Let's Play und so, begrenzte Zeit. Irgendwann wird es dann halt auch langweilig. Aber so könnt ihr halt einfach diese widerlichen, scharfen Kanten von dem Szenario, äh, von dem Geländeeditor von, äh, Rollercoaster Tycoon halt wirklich gut abdecken. Einige Steinformationen eignen sich dafür viel, viel besser als andere, muss ich ja sagen, muss ich ja gestehen. So, na, komm her, so. Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Viele CSO sind ein bisschen, wenn ich das sagen darf, finicky. Die wollen eigentlich nicht so, wie ihr wollt und am liebsten würden sie gar nicht benutzt werden. Ihr müsst sie dann immer ein bisschen freundlich dazu zwingen, dass sie jetzt vielleicht doch ihren Arsch bewegen wollen und vielleicht doch da benutzt werden möchten. Und, äh, dann funktioniert das im Grunde genommen alles. Wie man CSO installiert, ich muss ganz ehrlich sagen, da gibt es derartig viele, äh, Anleitungen im Internet, da muss ich nicht drauf eingehen. Einfach in den Style-Themed-Ordner kopieren, so wie sie sind und es sollte eigentlich alles sehr gut klappen. So, hier haben wir zum Beispiel noch keine Pflanzen und ihr seht, es ist die Kombination aus Pflanzen und Felsen und Terrainforming auch, was eine glaubhafte, ein glaubhaftes Terrain eigentlich ausmacht. So. Ne, oh, jetzt hab ich mir aber ganz schön verquatscht. Ihr seht, es sieht relativ, relativ gut aus. Äh, ich muss grad nochmal Shy Guys Rocks suchen, die müssten eigentlich irgendwo drin sein. Hab ich ja. Riesenwürfel, ja, bestimmt nicht. Spinner. Ey, ich hab noch nie diesen Riesenwürfel benutzt, glaube ich. Doch, nicht einmal. Und ich hab schon mal eine Spielhalle gebaut. Aber naja, gut. Im Gucken, ne, ich find ihn nicht. Ah, Shy Rockset, genau, das ist er. So, das sind einige, auch einige Steine, die einfach wirklich, wirklich, wirklich schön sind. Und, äh, naja, hier sind es zum Beispiel gelb. Die gibt's aber auch in Recolorable Flat Sky. Ne, naja, sowas, ne? Ähm. Shy Guy macht eigentlich immer gute Sets. Also, wenn ihr ein Shy Guy Set habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es funktioniert. Und es ist auch immer ein gutes Set, es ist immer eine gute Wahl. Ähm. Gut, aber, bottom line, äh, seid vorsichtig mit CSO. Nicht alle CSO funktionieren. Und es hängt nicht zwingend an euch, wenn euer CSO nicht funktioniert. Das möchte ich euch erstmal mitgeben. Oh, guck mal, hier die Farbe passt sich doch wunderbar hier ein. Sieht aus ein bisschen wie Golderz. Naja, gut. So, Leute, auf jeden Fall. Äh, ich wünsche euch viel Spaß, äh, mit den CSO, äh, beziehungsweise mit eurem eigenen Rollercoaster Tycoon. Schreibt doch einfach gerne in die Kommentare, was ihr gerade gebaut habt und wie das gelungen ist und so. Und konntet ihr eure Ideen gut umsetzen. Das interessiert mich immer, wenn Leute auch das spielen, was ich spiele. Dann möchte ich natürlich auch wissen, wie das so gelaufen ist, ne? Leute, bis, äh, zum nächsten Part. Und wir sehen uns dann wieder bei Rollercoaster Tycoon 3. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank.